und hallo der doktor ist wieder im haus wir spielen immer noch super metroid ich habe immer noch gestorben wird bei only die ones ich spiele sombran wie steht hier schon bereut wir haben die laufschuhe bekommen und wollen jetzt hier in nur für nur für nur für weitermachen dafür können da drüben den weg zurück und ich mache mir mal das bild ein bisschen größer damit ich was sehen kann denn wer sieht ist jetzt nicht so gut im dunkeln sollte ich nicht sehen nichts gegen leute die nicht sehen können aber wo ist er gewesen so ein bisschen kraum einsamen Da kommt man nur von der anderen Seite, da kommt man nur von der anderen Seite, gehen wir mal in den Raum weiter. Oh, sieht was aus, muss ich hier laufen? Jo, da geht es nicht durch, da geht es nicht durch, da geht es wieder hoch. Gibt es hier oben noch die Tür? Äh, der Durchgang war nicht. Woher nicht weiter kann, weil wir nicht schnell genug waren. Das sollte jetzt hier nicht mehr das Problem sein. Und jetzt klingelt das Telefon. So, tap, 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 tap. Und da ist zwischen hoch oder so? Weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oh mein, boomba. Oh mein, boomba. Oh mein, boomba. Ups, da sind wir durchgerollert. Der Ice Beam. Der Ice Beam. Der Ice Beam. Da hab ich eingefroren. Werden wir mal durch. Der Ice Beam. 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 Das war nix. Das war nix. Da sind wir wieder oben. Oh nein, du stinker. So, jetzt können wir hier hochklettern. Hier drüben ist nix. Da ist nix. Das riecht so, als wäre da was. Das riecht so, als wäre da was. Oh nein, oh nein. Die Powerbombs. Nach denen hatten wir gesucht. Kann man das jetzt schon? Kann man das? Jawohl. Ich werde etwas mehr Basel. So, den Raum gucken wir nochmal. Und dann gehen wir gleich mal Pause machen. So, den Raum gucken wir mal. So, den wollen wir mal speichern. Vielen Dank. Da war die kurze Pause zwischen, aber das war Episode 5? Teil 5? Teil 5 von Super Metroid. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Schreibt ruhig in den Kommentar, wenn dir irgendwas aufgefallen ist. Oder schreibt auch nicht keinen Kommentar. Mal gucken. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020